Wir wussten, dass Endu uns ein Retro nicht zur Verfügung gestellt hat. Das ist ein echtes Problem. Von meiner Seite her, Graeim. Ja, genau das ist es. Unglaublich. Endu, geiler Sieg. Es hat einfach geklappt. Jetzt kommt es darauf an, mit den 500 Franken. Wir haben die Weisen, dass wir eine geile Party machen wollen und das ganze Zeug rausjetten. Und ja, dass man da etwas machen kann. Wenn ein Schnapssocker ist, sind die 500 Franken schnell weg. Wie gesagt, wir machen Bier, wir machen Grosses und Bowlen. Bowlen haben eine coole Idee. Das können wir zum Beispiel gerade als Dessert einbauen bei unserem Dreugangmenü. Das heisst, einen Punkt des Dreugangmenü haben wir so schon mal abgehäkelt. Hey, merci vielmals. Ja, merci dir vielmals. Super Sache. Also, dann bis nachher. Okay, also einerseits einkaufen, dann haben wir das mit dem Dreugangmenü. Aber das andere ist noch das mit dem Act. Und da kommt es uns natürlich zu gut. Ich habe eine Band am Start. Ja, super. Hey, Andrew, tschau. Hättest du heute Abend Zeit, ein Konzert zu spielen mit Karsumpu? Ah, hast du schon eine Gig? Haha, shit, okay. So viel dazu, ich habe eine Band am Start. Ja, shit, okay. Jetzt müssen wir schauen. Warte, ich probiere vielleicht schnell den Faibu. Vielleicht können wir einfach etwas zu weit machen. Willst du einfach Gitarrensang? Der Gitarist zum Glück, der hat Zeit gehabt, der Faibu. Ja, also, hey, super. Ein bisschen vor den 7. hier, da können wir vielleicht einrichten. So, perfekt. Merci vielmals. Jetzt braucht man noch ein Auto. Ja, okay, aber das wird wirklich kein Problem sein. Auto jetzt, subito. Das ist der Menuh, Schlagzeuger von Karsumpu. Wir haben ja jetzt mal als Dessert Polen, oder? Ja. Das ist doch gut. Und jetzt, was haltet ihr zum Beispiel Vorspies? Würde ich vorschlagen, wir machen, wir kaufen so Spieschen, so Zahnstochel, dann nehmen wir einfach so Cherrytomaten und Mozzarella. Das ist super, Oliven vielleicht, für Leute, die keine Tomaten haben. Okay. Und dann könnten wir doch so Häppchen machen. Toastbrot. Schinkenkäse, Häppchen, Ganabe, Oliven, klingt super. Also, ich schaue sehr schnell. Sie sind dann dort reinkommen und sind einfach mal verloren gewesen. Ich meine einfach, egal wo du hinschaust, riesen so wie in einer Ikea irgendwie. Die wissen, dass sie mir in einer Viertelstunde zumachen. In einer Viertelstunde? Oh, okay. Darum können wir sie kurz schnell helfen. Oh nein. Ich meine, wie geil ist das? Du gehst in eine Lade einkaufen, sie haben nur noch eine Viertelstunde offen, haben dann Feuer runter und es bietet sich wirklich mal einen nahen Mitarbeiter, um mit dir durch die Regale durchlaufen und dir einfach alles mehr auf die Wägelchen zu legen. Unglaublich. Papi, darf ich so essen? Nein, heute wird Party gemacht. Grüß dich einmal, Thomas. Ja, wir haben gewusst, wir haben noch genau 91,60 Euro zur Verfügung. Ich tippe, es kommt etwa auf 112 Franken. So sagst du 90 Franken? Ich sag 150. Ja, dann hast du eine Spannung gross zu sein. 125 Franken, das ist zu viel. Also rund 35 Franken zu viel. Wenn man denkt, oh shit, jetzt sind wir im Seichen. Dann müssen wir halt schauen, dass wir mit dem Restaurantbesitzer besser ein Deal holen. Dann können wir nicht mehr, vielleicht noch mal 470 geben. Ich glaube schon. Das wäre Ende. Wir haben gedacht, der Ende nimmt das sicher. Das ist ein geiler Sieg. Dann sind wir zurückgekommen ins Retro, haben unser Zeug hergetan auf den Tisch und haben gewusst, jetzt geht's los mit dem Kochen. Hey, wir haben noch eine ganz kurze Frage. Ja, bitte. Wir haben beim Einkaufen noch ein Budget von 91,60 Franken. Unser Deal war ja 500 und jetzt wäre es halt 465. Ist das okay? Absolut, kein Problem. Oh Mann. Merci, Andi. Ah, schau mal den Zaubertrank an. Ja, wir sind voll in diesem Kochfleisch hin gewesen. Und dann habe ich zum Glück die Liste nochmal vorne genommen. Und dann habe ich gesehen, shit, wir haben etwas vergessen. Und zwar müssen wir noch 5 Leute auf der Strasse nehmen. Ja, scheiße. Ja, scheiße.